Die Sehnsucht nach Glück kennt die Menschheit schon immer und jeder einzelne Mensch kennt das auch. Die Sehnsucht nach dem Überwinden von Schmerz, von Trauer, von Belastung, von Problemen. Heute werden wir darüber nachdenken, wie wir Glück im umfassenden Sinne erwarten dürfen. Damit herzlich willkommen zur Atempause, die heute neu durchstartet, am Donnerstag, den 23. April 2020. Es beginnt heute ein neuer Abschnitt im ökumenischen Bibelleseplan, der von der Arbeitsgemeinschaft, der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Bibellesen immer einige Jahre im Voraus geplant wird. Und wo Millionen von Christen weltweit lesen, jeden Tag, immer ein kleines Stück, meistens so ungefähr zehn Verse. Und so kommt man in acht Jahren durch die ganze Bibel und in vier Jahren durch das Neue Testament. Und da setzen wir heute wieder an. Im ersten Petrusbrief geht's los, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12 zum Thema unaussprechliche Freude. Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Ich lade uns herzlich ein, wieder mit dabei zu sein, wenn wir täglich ein Stück wachsen in der Erkenntnis aus der Bibel. Täglich ein Stück wachsen in unserem persönlichen Vertrauen zu Jesus Christus. Täglich ein Stück wachsen in unserem Charakter, in unserem Herzen. Das ist der Sinn der Atempause. Ganz herzlich willkommen dazu und wir lesen gemeinsam 1. Petrus 1 von 1 bis 12. Ich lese nach der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Petrus Apostel Jesu Christi an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit auch euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Der erste Petrusbrief beginnt mit vielen tiefen Aussagen. Er ist geschrieben an Christen in Kleinasien im ersten Jahrhundert nach Christus. Offensichtlich gibt es eine schwere Zeit, eine Zeit der Verfolgung. Und es ist ganz, ganz schwierig, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und von daher haben wir es hier zu tun mit einem Brief, der versucht, einerseits zu stärken, zu trösten und andererseits mit großer Kraft darauf hinzuweisen, dass das Ziel es wert ist. Das Ziel es wert ist, dass wir leiden, dass wir durchhalten, dass wir als Christen Jesus treu bleiben, komme, was da wolle. Und von diesem Ziel spricht auch der Vers 8 und der Vers 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Wenn wir uns das anschauen nach der Übersetzung von Martin Luther in der Ausgabe der Lutherbibel 2017, dann klingen diese Verse folgendermaßen. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Der Petrusbrief malt vor Augen, dass das Schönste immer noch kommt. Selbst die Christen in Kleinasien, die vielleicht durch ganz ernste Verfolgung, vielleicht durch Tötung hindurch müssen, wissen, das Schönste kommt immer noch. Es wird etwas geschehen, ein Durchgang in die Herrlichkeit Gottes, in den Himmel, der eine Wirklichkeit eröffnet, die so viel größer ist, dass unaussprechliche Freude einzuhält, so wie wir das im Vers 8 gelesen haben. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist eine Aussage, über die wir nachdenken dürfen. Die Sehnsucht des Menschen nach Glück. Die Sehnsucht danach, dass es doch irgendwie anders werden muss. Wir haben die Sehnsucht, dass das Glück, das umfassende Glück, auch hier unter den Rahmenbedingungen der gefallenen Schöpfung erlebbar wird. Und wir scheitern mit dieser Sehnsucht. Es gibt wirkliche Glücksmomente im Leben. Eine großartige Erfüllung durch gegenseitige Liebe. Ein Freudeschrei, ein Jubel über etwas, was uns geschenkt wird, wo wir vielleicht immer drauf gewartet haben. Eine Freude, die uns überfällt, weil wir etwas erleben dürfen, was einfach nur wunderbar ist. Sei es in menschlichen Beziehungen oder sei es in der Natur. Sei es ein erreichtes Ziel. Sei es eine Musik, die uns total ergreift. Ja, es gibt diese Glücksmomente im Leben. Aber seien wir ehrlich, das sind die große Minderheit unserer Erfahrungen in unserem Leben. Das ganz große Glück, das, wonach wir uns sehen, das, wo wir alles überwinden können, das wird hier beschrieben als das, was auf uns wartet, wenn wir in die Herrlichkeit zu Gott eingehen. unaussprechliche, herrliche Freude. Diese Formulierung allein weist uns schon darauf hin, dass da etwas auf uns zukommt als Leute, die zu Jesus Christus gehören, was eine andere Dimension hat. Unaussprechliche Freude. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz, was das sein soll, aber eins ist klar, ich freue mich drauf. Und ich glaube, dass der erste Petrusbrief die Christen in Kleinasien daran erinnern wollte, dass wir immer Grund haben, uns auf das Ziel zu freuen. Wir haben ja oft das Gefühl, eine Krankheit wird immer schlimmer und es wird alles immer düsterer. Und wir reden oft vom Noch. Noch geht es uns ja gut, aber das dicke Ende kommt noch. Was wir als Christen ganz fest in unser Herzen verankern dürfen ist, das Schönste kommt immer noch. Es wartet auf uns unaussprechliche Freude, ganz gleich, wie finster die Nacht unseres Lebens sein mag. Und wie finster das Ende sein mag. Das Letzte ist nicht das Dunkle. Das Letzte ist das Licht. Das Letzte ist die unaussprechliche Freude. Das dürfen wir als Zielpunkt unseres Lebens markieren und deswegen die Hoffnung behalten, so wie es der erste Petrusbrief den Christen in Kleinasien nahelegt. Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesu, dass es Hoffnung gibt über jede Dunkelheit hinaus, über jede Finsternis hinaus, über den Tod hinaus. Und deshalb bitte ich dich, dass du mir und uns diese Aussicht auf die unaussprechliche Freude ganz tief ins Herz senkst, damit wir nie, wirklich nie, verzagen, weil wir wissen, dass das Schönste immer noch kommt. Mit unaussprechlicher Freude, mit absolutem Glück. Amen. Das war die Atempause, heute am Donnerstag, den 23. April. Unaussprechliche Freude haben wir betrachtet nach 1. Petrus 1, 1 bis 12. Vergiss nicht, das Schönste kommt immer noch. Gott segne dich, Gott behüte dich und er erfülle dein Herz mit Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist. Bis morgen. 1 bis 12. Vielen Dank.